Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute die PBB Direkt Bank vorstellen. Dazu finden Sie auf der Seite Deutsche Fx Broker bereits umfangreiche Informationen. Und Sie gelangen mit einem Klick auf den orangenen Button auf dieser Seite direkt zu PBB Direkt. PBB Direkt bietet unter anderem Festgeldkonten und Tagesgeldkonten an. Bei den aktuellen Zinssätzen sind diese Zinssätze natürlich nicht besonders attraktiv. Aber in vielen Fällen lohnt sich die Anlage in einem Festgeld- oder Tagesgeldkonto natürlich trotzdem. Deswegen zeigen wir Ihnen nun, wie Sie bei PBB Direkt ein Konto öffnen können und die Anlage in Festgeld- oder Tagesgeldkonten vornehmen können. Die PBB Direkt Bank ist eine deutsche Bank, reguliert in Deutschland und auch Mitglied im Einlagensicherungsfonds. Somit sind Ihre Anlagen bis 100.000 Euro auch auf jeden Fall geschützt. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie ein Konto öffnen. Dazu klicken wir auf den Button Konto öffnen, hier rechts im Menü. Anschließend öffnet sich dieses Fenster mit einer kurzen Beschreibung zum Anmeldeprozess. Zunächst müssen Sie online das Antragsformular für PBB Direkt ausfüllen. Anschließend mit dem Postident-Verfahren müssen Sie Ihre Identität bestätigen lassen und schließlich den Antrag an PBB Direkt schicken. Daraufhin wird Ihr Antrag geprüft und Ihr Konto eröffnet. Dann können Sie sofort die Anlagen in Festgeld- und Tagesgeldkonten vornehmen. Mit einem Klick auf den Button Weiter gelangen Sie sofort in das Menü, um Ihre persönlichen Daten einzugeben. Hier machen Sie Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrem Wohnsitz. Außerdem noch einige steuerrelevante Angaben und klicken dann anschließend nach dem Ausfüllen hier unten auf den Button Weiter. Anschließend müssen Sie noch angeben, ob Sie ein Gemeinschaftskonto einrichten möchten, falls Sie das Konto mit Ihrem Ehepartner gemeinsam führen wollen. Mit einem Klick auf Weiter gelangen Sie dann zum Menü, wo Sie noch einige Angaben zum Geldwäschegesetz, zu Vermögensart und zum Einbehalt von Kirchensteuer machen müssen. Diese führen Sie bitte aus und klicken anschließend auf den Button Weiter. Zusätzlich müssen Sie noch ein Referenzkonto angeben, auf das die Überweisungen von PBB Direkt erfolgen sollen. Dazu geben Sie hier Ihre IBAN und BIK-Nummer an und klicken anschließend auf den Button Weiter. Danach fragt PBB Direkt noch einige Angaben ab, wie Sie beispielsweise auf PBB Direkt aufmerksam geworden sind. Dieses können Sie gerne ausfüllen und danach auf Weiter klicken. Machen Sie dann noch eine kurze Angabe zur Freistellung Ihrer Kapitalerträge und weiterhin eine Angabe zur Kontovollmacht, die Sie eventuell erstellen möchten. Schließlich legt PBB Direkt Ihnen alle Angaben noch einmal vor zum Bestätigen. Mit einem Klick auf Weiter hier unten gelangen Sie dann zum finalen Schritt der Kontoanmeldung. Hier bestätigen Sie noch einmal, dass Sie die AGB und die Vertragsbedingungen gelesen haben. Und mit einem Klick auf Weiter hier unten senden Sie nun Ihren Antrag ab. Damit haben Sie den Online-Teil auch schon geschafft. Nun können Sie Ihre Formulare ausdrucken, unterschreiben und in einem Postcenter mit dem Postidentenverfahren Ihre Identität feststellen lassen. Anschließend prüft PBB Direkt, wie gesagt, Ihre Angaben, öffnet Ihr Konto und informiert Sie, sobald dies geschehen ist. Wenn auch Sie die Festgeld- und Tagesgeldkonten von PBB Direkt nutzen möchten, dann klicken Sie doch einfach auf den folgenden Link. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Erfolg beim Sparen.